Hallo Leute und willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich für euch einen Kick Haul angemerkt. Ich wollte nur eine Sache kaufen. Ich habe euch aber in einem Short mitgenommen und irgendwie ist es dann doch mehr geworden. Deswegen wollte ich euch heute mal alles zeigen, was ich geshoppt habe und ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß bei diesem Video. Die Sache, die ich unbedingt kaufen wollte, ist ein Geschenk für unsere Nachbarn. Die haben nämlich vor kurzem ein kleines Baby bekommen und da wollten wir denen natürlich auch ein kleines Geschenk machen, weil wir uns auch super gut mit denen verstehen. Und deswegen habe ich dem kleinen Baby einen Strampler geholt. Nein, ihr könnt daran nicht erkennen, was es ist. Es ist ein Mädchen, aber ich habe gedacht, vielleicht so viel Pink und Rosa, weil sie vorher einen Jungen gehabt haben, haben sie vielleicht jetzt auch ganz, ganz viel im Pink und Rosa geschenkt bekommen. Deswegen habe ich gedacht, etwas Neutrales und das fand ich auch super, super niedlich mit dem Igelchen. Das ist jetzt die Größe 68. Ich habe gedacht, am Anfang bekommt man immer so viel in den kleinsten Größen geschenkt und so viel kann ein Baby gar nicht anziehen. Und das hat zusammen im Set 7,99 gekostet. Dazu habe ich eine Tüte gekauft, natürlich, damit man das da drin auch schön einpacken kann. Da steht drauf Celebrate und dann mit den Hinfeisen, mit den Herzchen und dem ganzen Glitzer fand ich das richtig süß. Und dazu habe ich noch diese Karte gekauft. Da steht einfach nur drauf, alles Liebe zur Geburt. Und ich fand sie so, so schön mit dem Elefanten drauf. Die Karte hat 1 Euro gekostet und ich habe ganz vergessen zu sagen, diese Tüte hat auch 1 Euro gekostet. Dann hat auch bald mein Neffe Geburtstag. Deswegen habe ich auch gleich für ihn noch mitgeschockt. Und zwar habe ich einmal diese Tüte hier gekauft. Da steht einfach nur drauf, Happy Birthday mit Glitzerbuchstaben. Die hat auch 1 Euro gekostet. Dazu habe ich ihm noch diese Play-Doh Knete gekauft für 2,99. Fand ich ganz gut vom Preis her. Und da sind halt die Farben Rot, Blau, Gelb und Grün dabei. Und das kann er sich ja mit meiner Michte auch noch teilen. Und für Sonia habe ich auch diese Play-Doh Knete gekauft. Also genau die gleiche, auch für 2,99. Die bekommt sie aber erst zu Weihnachten. Die werde ich jetzt weglegen. Die kommt bei uns in den Schrank und dann bekommt sie das zu Weihnachten. Ich denke, da hat sie dann auch super viel Spaß an. Dann habe ich noch für meinen Neffen gekauft diese Creature Collection Dinosaurier. 6 Dinosaurier zum Sammeln für 1,99. Das ist so eine Wunder-Tüte und da sind halt ganz verschiedene Dinos drin. Ja, das ist halt eine kleine Überraschungstüte. Fand ich ganz witzig. Und auch noch für ihn von Kiki und Koko. Das ist die Eigenmarke von Kik. Diesen Pulli in der Größe 104. Und ich fand den so schön. Ich fand den richtig, richtig schön. Deswegen bekommt der den zum Geburtstag. Und dann sind doch noch 2 Sachen für Sonea mitgekommen. Eigentlich habe ich gesagt, nein. Dieses Mal kaufe ich nichts für Sonea. Habe ich doch gemacht. Sonea kriegt einfach immer irgendwas. Und zwar konnte ich sie nicht liegen lassen. Dieses Hosen-Set. Aber eigentlich wegen dieser weißen, mit Eibhorn und Regenbogen bestückten Hose. Die ist so süß. Oh mein Gott. Ich habe mich so in die verliebt. Und dann mit diesem gelben Akzent hier. Und Sonea hat auch noch gar nicht so viel Gelbes. Und eine Hose kann man immer gebrauchen. Vor allen Dingen eine Jogginghose. Ich versuche mich gerade ein bisschen zu rechtfertigen. Aber die ist so schön. Und für den Preis musste ich sie einfach mitnehmen. Die hat jetzt 5,99 gekostet. Also beide zusammen. Und dafür konnte ich sie nicht hängen lassen. Es gab so schöne Hosen bei Kik. Und die konnte ich einfach nicht hängen lassen. Die war so, so schön. Deswegen kamen die mit für mein Lädchen. Und eine Lunchbox kam mit. Ich bin ja immer auf der Suche nach Lunchboxen für Sonea. Und zwar kann man die hier einmal aufmachen. So. Dann kann man die hier einmal aufmachen. Dann hat man zwei Fächer. Und auf der anderen Seite kann man auch nochmal aufmachen. Und dann hat man einfach. Fand ich ganz niedlich. Auch vom Muster her. Aber ich habe gedacht, das kann nicht schaden. Und deswegen musste das auch mit. Das war es auch schon mit meinem ganz, ganz kleinen Kik Haul. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und vielleicht habt ihr was gesehen, wo ihr jetzt sagt, oh, jetzt muss ich auch zu Kik. In meinem Short, was ich euch gedreht hatte, da habe ich euch nochmal ein bisschen mehr in den Kik mit reingenommen. Deswegen schaut da auch sehr, sehr gerne vorbei. Ich verlinke es euch. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal wiedersehen. Tschüss.